Yo Leute, ich bin's euer Leon. Heute kam keine Counter-Strike Folge, weil ich bei Thomas war. Wir wollten eigentlich Five Nights at Freddy's aufnehmen, nur es gab technische Probleme. Naja, heute gibt's dann auch keine... Keine C-O-G-U-9-C-S, ach Gott ey. Naja, ihr wisst, was ich meine. Damit verabschiede ich... Ach Gott ey, so eine Fehlscheiße, ey. Noch ein Neustart, ne, Gott. Hi Leute, ich bin's euer Leon. Ich war heute bei Thomas und wollte mit ihm Five Nights at Freddy's aufnehmen, aber es gab technische Probleme. Deswegen gibt's heute auch kein Counter-Strike Video. Weil es einfach zu spät wird. Aber trotzdem danke für euer Verständnis und morgen gibt's natürlich wieder eins. Das war's von meiner Seite aus... Von meiner Seite oder... Von meiner Seite... Ist ja auch egal. Ciao. Schönen Abend noch, euer Leon. Ich bin's. Vielen Dank.